Ich bin Claudio Pissarro, das war Bayerisch und jetzt geht's los. Mein Verein, meine Liebe, alles momentan. Champions League zu gewinnen 2013. Tor zu machen? Hier oder im Schweinsteiger? Pizza? Habe ich viele schon gemacht, keine Ahnung. Eine nur gegen Schalke, glaube ich. Tennis-Profi-Spieler oder sowas. Zeit mit meiner Familie verbringen. Zidane, Ronaldo. Ähm, der Harteste in dem Haus. Pferde? Pferde. Ah, Pferde. Hobby. Wäre ich auch das Gleiche, was ich gemacht hatte. Kein Problem. Truffelpizza vielleicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich esse nicht so viel Pizza. Ähm, Golfen. Tennis spielen. Schafkopf spielen. Schokoladen, glaube ich. Ich gucke keine Serie. Gar nichts. Keine Serie. Gladiator. Strand. Meer. Sohne. Wah, weil ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Aber das WM zu spielen mit meinem Land. Was ist das? Eichhörlchenschwanz. Kennst du ein Eichhörlchen? Ja. Eichhörlchenschwanz. Okay. Schwaff. Zum so erfahren der Anschweig. Dawd! Jawirt! 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 Jawirt!